Willkommen zum Podcast About Money, der Podcast der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte, mit Julia Kalinschenko und Lukas Brandstetter. Alle zwei Wochen reden Julia und Lukas bei einer Tasse Kaffee über Finanzthemen und interviewen dabei Spezialistinnen und Spezialisten in ihrem beruflichen Umfeld. Seid gespannt auf interessante Themen rund ums Banking, hilfreiche Lifehacks für den Alltag und Einblicke in eine der größten Genossenschaftsbanken Bayerns. Das ist ein heutiges Thema. Wie unterscheiden sich Shiro Pay, Apple Pay und Co.? Ja, Lukas, wir sitzen mal wieder in unserem Hexenhäuschen, diesmal ohne Gast. Ist mal auch ganz entspannt. Ist ein bisschen ruhiger. Ja, stimmt. Gut, wir haben heute eine, ja, mal eine andere Folge mit dabei. Wir haben es ja letzte Woche schon angeteasert. Wir möchten heute über Online-Bezahlverfahren sprechen. Ja, genau. Also, es ist ja echt ein Riesenthema. Wir haben es in der Vorbereitung schon gemerkt, es gibt so viele Möglichkeiten, online zu bezahlen. Das ist echt irre. Es gibt irgendwie, also wie unterscheidet sich eigentlich Shiro Pay, Apple Pay und Co.? Sag ich jetzt mal so. Das wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen und euch ein bisschen, ja, Licht ins Dunkle auch bringen. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp mit dabei. Genau. Also, ich kann nur vorwarnen, wir haben eine Statistik dabei, die hat der Lukas rausgesucht. Und dabei habe ich heute jetzt gerade nur den Kopf geschüttelt, weil ich das nicht fassen konnte, weil wir so viele Möglichkeiten haben und was denn so das Lieblings-Online-Bezahlverfahren der Deutschen ist. Ja, das ist wieder sehr spannend, dass so eine Übersicht dann rauskommt, aber da können wir dann später noch ein paar Worte dazu verlieren, wie die Deutschen denn bezahlen. Genau. Ich würde sagen, bevor wir mal alle so im Einzelnen mal erklären, welche Online-Bezahlverfahren fallen dir denn so spontan ein? Tatsächlich, als erstes fällt mir Klarna ein, weil ich mich dabei noch am wenigsten beschäftigt habe. Also, ich habe noch nie mit über Klarna bezahlt, aber ich werde es mal ausprobieren. Klar, Paypal, wir haben einer der Marktführer, glaube ich, in dem Bereich. Also, PayDirect, Angebot von unseren VR-Banken, auch Quid nutze ich sehr gerne, ist auch bei meinem Freundeskreis, kommt das sehr gut an. Dann gibt es noch Apple Pay, Google Pay, also verschiedene Lösungen auf dem iOS-System und auf dem Android-System, aber es gibt auch klassische Themen wie Sofortüberweisung, Bezahlen auf Rechnung, Vorkasse, die Kreditkarte ist ein großes Thema. Das stimmt. Da haben wir auch einen Teaser mit dabei, kommen wir später noch dazu, machen wir eine Extra-Folge. Yes. Und, boah, ich glaube, Amazon ist jetzt mit dabei. Ja, ist nett. Und, ja, fällt dir noch was ein? Nee, ich glaube, du hast jetzt eigentlich so mit alles genannt, was wir so haben, oder zumindest die größten Player oder die Sachen, die noch so am bekanntesten ist, die wir so in Deutschland da noch am ehesten nutzen. Und, ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir starten mal, oder ich starte mal, dir Klarna zu erzählen. Sehr schön. Weil im Gegensatz zu dir nutze ich Klarna dann doch recht gerne. Es ist zwar nicht mein Haupt-Online-Bezahlverfahren, was ich nutze, aber den einen oder anderen Händler nutze ich dann doch gerne mit Klarna. Wer es nicht kennt, Klarna ist eine Möglichkeit, auf Rechnung zu zahlen. Und was bei Klarna wichtig ist, man muss volljährig dafür sein. Also, das muss man, kann man erst ab 18 nutzen. Wenn die Bestellung dann da ist, meine, kommt fast zeitgleich eine E-Mail von Klarna, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, zu bezahlen. Und das ist mein Lieblings. Also, deshalb nutze ich Klarna super gerne. In dem Sinne, wenn ich bei Produkten nicht weiß, ob ich sie jetzt wirklich behalten möchte oder nicht, dass ich sagen kann, okay, ich kann es dann wegschicken. Und Klarna einfach sagen so, ich habe es nicht gebraucht. Und dann gebe ich es einfach weg, weil dann ist es für mich erledigt. Und ich muss nichts anderes machen. Es wurde nicht von meinem Konto davor belastet. Und ich muss warten, bis das Geld da ist. Das ist halt ziemlich cool. Und was man halt bei Klarna auch sagen kann, die haben eine richtig gute Bedienung. Heißt, ich kann danach auswählen, möchte ich sofort zahlen. Ich klicke einfach nur sofort bezahlen. Oder ich möchte es zum Zahlungszieltag zahlen. Oder ich möchte es in Raten zahlen. Oder ich möchte den Termin zum Zahlung verlängern, weil vielleicht was bei dem Produkt nicht gepasst hat. Oder ich mit dem Hersteller in Kontakt bin und deshalb sich das Ganze verlängert. Ich glaube, da musste ich nur einmal mein Konto mal angeben und hinterlegen. Und seitdem ist das gespeichert. Und das ist wirklich nur ein Klick, eine Entscheidung, die ich dann treffen muss. Also eigentlich ganz leicht. Eigentlich ganz leicht. Das heißt, Daten hinterlegen und dann kann es eigentlich losgehen. Ja. Online-Shopping. Auf jeden Fall. Also viele deutsche Händler nutzen auf jeden Fall Klarna. Das ist mir aufgefallen. Ich glaube, Klarna, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Klarna ist ein schwedisches Unternehmen sogar. Aber die sind in ganz Europa unterwegs. Und genau die waren einer der Ersten, die das relativ einfach gemacht haben. Vor allem das Überweisungsthema. Überweisungsthema auch dann. Ja, auf jeden Fall. Also das muss man denen einfach zugestehen. Und ja, wir möchten euch ein bisschen auch so erklären oder zeigen, was es so im Volks- und Reibweisenverbund für Gegenprodukte, sag ich mal, geben könnte. Und da haben wir jetzt mal geguckt, so Klarna gibt es so direktes Produkt von uns jetzt nicht. Es ist, wenn dann noch, eher vergleichbar einmal GiroPay, also weil es ja auch eine Art Sofortüberweisung, eine Überweisung ist, weil es auch nicht so vergleichbar ist. Und das Thema, die Option Scan-to-Bank, die wir in der Bank auch anbieten, heißt, wenn eine Rechnung kommt, wenn ich was bestellt habe, ist an sich ganz cool. Das kann man dann seine Rechnung einfach abscannen. und der zieht mir dann die Daten in mein Überweisungsformular mit ein. Und dann ist es auch an sich nur ein paar Klicks. Aber direktes Produkt, das genauso funktioniert, haben wir nicht. Lukas, was ist denn Paypal? Was steckt hinter Paypal? Schöne Frage. Was ist Paypal? Paypal ist ein amerikanisches Unternehmen, das sehr stark auf sich aufmerksam gemacht hat, wo die am Markt gekommen sind, weil sie einen ausgeprägten Käuferschutz und aber auch Verkäuferschutz mit dabei haben. Und ich glaube, bei den ganzen Ebay-Fans da draußen kam das sehr, sehr gut an. Und dadurch haben sie sich auch bekannt gemacht. Und Paypal, ich glaube, was Paypal ausmacht, ist die Bedienbarkeit, die Einfachheit. Man kann sich auch einfach über die App oder auch über die Web-Version einfach anmelden, man kann seine Kreditkarte hinterlegen und kann dann eigentlich schon loslegen. Es geht auch die Möglichkeit, sein Giro-Konto zu hinterlegen. Da hat man verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Aber es geht dann relativ einfach. Und Paypal hat auch eine sehr, sehr hohe Durchdringung. Ich kenne relativ wenige Shops oder Möglichkeiten, wo man nicht mit Paypal bezahlen kann. Paypal macht natürlich, was alle anderen Firmen auch machen. Sie erweitern ihre Angebote. Du kannst dich mittlerweile auch per Paypal deine Daten verschicken, also dich irgendwo einloggen mit Paypal und mal kurz dann deine Lieferadresse und Rechnungsadresse einfach über Paypal eingeben. Das machen aber auch ganz viele andere. Das ist jetzt kein neuer Service, aber die bieten es eben auch an. Was ich gesehen habe, Paypal, das ist relativ neu. Du kannst jetzt 14 Tage später erst bezahlen. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was Klarna macht. Ah, okay. Das heißt, das hat jetzt noch nichts mit einem Ratenkredit oder irgendwas so zu tun. Aber du kannst einfach, wenn Paypal und der Anbieter das anbieten, kannst du einfach 14 Tage später überweisen. Und nach 14 Tagen, während das Produkt schon auf dem Weg ist, wird dann erst die Abbuchung überwiesen beziehungsweise von der Kreditkarte eben abgebucht. Und das fand ich ganz interessant. Und was Paypal auch anbietet, ist der Ratenkredit. Also wenn ihr mal irgendwie ein Boxspringbett für ein paar tausend Euro ihr euch irgendwie leistet und das online bezahlt, dann habt ihr auch die Möglichkeit, sofort einen Ratenkredit zu machen. Dann kriegt ihr auch einen Zinssatz. Ratenkredit sind in der Regel recht teuer, deswegen muss man das immer überlegen. Aber man muss dazu sagen, die digitale Möglichkeit gibt es und ist auch relativ easy. Was es auch gibt, ist das Thema Geld senden und Geld empfangen. Also wenn zum Beispiel ich der Julia Geld schicken will oder ich kriege von der Julia Geld, weil wir irgendwie heute beim Mittagessen waren, dann geht das über Paypal auch. Das ist auch relativ einfach. Und das Thema Käuferschutz und Verkäuferschutz, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, das ist eigentlich genau der Unterschied. Also wenn ich jetzt mit Freunden und Familien irgendwas verschicke, so heißt es auch in der App, dann gibt es keinen Käuferschutz, dann weiß ich, dann kenne ich den Empfänger oder ich kenne den Auftraggeber, dann ist da auch kein Käuferschutz. Wenn ich jetzt aber dann über das Thema Waren und Dienstleistungen gehe, das ist auch der richtige Wortlaut, habe ich automatisch einen Käuferschutz, aber auch einen Verkäuferschutz. Und da ist es auch relativ easy, wenn wirklich mal ein Problem ist, dann kann man die Produkte hochladen per Foto. Man kann hier sagen, hey, es ist nicht angekommen. Ich habe hier die Beweise, das ist bei Paypal relativ einfach und die sind da auch sehr, sehr kulant. Also ich habe da noch nie was Negatives dazu gehört. Und ja, das ist so die Welt von Paypal. Hier gibt es Lösungen aus dem Bankensektor und nicht nur die VR-Banken haben da Möglichkeiten, sondern tatsächlich haben sie hier die Banken, also alle deutsche Banken zusammengetan und haben PayDirect gegründet. PayDirect ist mehr oder weniger einfach nur die deutsche Lösung, was Paypal auch anbietet. Das kann man so einfach auch behaupten. Hat natürlich verschiedene Vorteile. PayDirect liegt halt auch unter den deutschen Datenschutzrichtlinien, ist von den deutschen Banken und Sparkassen entwickelt worden, ist speziell auch auf den Kundengruppen der Deutschen auch irgendwo ausgelegt und versucht natürlich auch immer, Paypal ist einer der Marktführer, natürlich auch die Angebote da reinzugeben. Ich habe PayDirect auch im Einsatz, geht auch super einfach und ist eine echte Alternative für diejenigen, die sagen, Silicon Valley oder amerikanisches Unternehmen, nee, ich mache hier die deutsche Lösung und habe natürlich dann auch meine Daten, wer da gewisse Sensibilität hat, auf deutschen Servern und genau. Ja, das war PayDirect hat so ein bisschen so einen schlechten Ruf, dass es nicht so einfach funktioniert, aber das kann ich auch sagen, das stimmt eigentlich gar nicht. Du hast auch einfach deine E-Mail-Adresse und ein Passwort, was du eingeben musst und schon funktioniert das eigentlich auch, du musst das bestätigen und fertig. Also es ist eigentlich wie bei Paypal auch, da muss ich auch meine E-Mail-Adresse und mein Passwort eingeben, um diese Zahlung anzufangen. Genau, und es ist eigentlich so, wie mit allen Bezahlsystemen, wenn du das mal eingerichtet hast und das läuft, dann geht es relativ einfach durch und das bei PayTrack genauso. So ein bisschen das Geld senden von Paypal, da gibt es auch eine Lösung mit VR-Banken und Sparkassen, das heißt Quid. Vielleicht erkennst du der ein oder andere. Da kann ich auch ganz entspannt, wenn ich mich damit angemeldet habe und mit meinen Kontakten, kann ich einfach Geld hin und her senden. Unter 30 Euro brauche ich da nicht meine Tannen dafür, sondern es geht direkt sofort durch. Über 30 braucht es dann halt eine Tannen, aber die habt ihr dann in eurer Tannen-App ganz einfach auch drin. Da kann ich das freigeben. Und was halt den Vorteil hat, deswegen kommt es bei meinen Freunden auch ganz gut an, es ist sofort auf dem Girokonto. Ja. Also ich muss dann nicht irgendwie noch in Paypal oder irgendwo das noch auszahlen und noch meine Transaktion machen, sondern es ist halt sofort auf dem Girokonto und es ist sofort ausgeglichen. Und deswegen, also PayDirect und Quid sind so ein bisschen die Antworten von deutschen Anbietern, von Volks- und Dreifelsenbanken auch, auf die Möglichkeiten, die er in Paypal bietet. Als nächstes haben wir da noch... Apple Pay, wir hocken bei einem Apple einfach da. Julia, wie geht's denn? Ja, mittlerweile einer meiner Lieblingssachen, aber eher weniger im Online-Bezahlverfahren, so beim Händler vor Ort, einfach mal schnelles Handy zicken oder Apple Watch dran halten. Aber man kann es natürlich Apple Pay auch online nutzen. Man kann sich mit... Bei Apple ja seine Daten auch Lieferdressen und so hinterlegen. Genauso ist es ja bei... Wenn ich die Apple Wallet angelegt habe, wo meine Kreditkarte oder... Bei manchen geht sogar die EC-Karte mit drin. Auf jeden Fall haben sie sich ja diese Daten gemerkt. Die sind ja schon bei Apple da. Heißt, wenn ich dann einfach Apple Pay auswähle als Zahlungsdienst, dann, ja, nimmt er einfach gleich meine Kreditkartendaten und ist dann fertig. Also meistens muss ich dann einfach nur noch Face ID und fertig. Also das ist auch... Geht super schnell. Und wer das eh beim Händler nutzt, ist da sowieso schon freigeschalten. Für muss man nichts mehr extra machen. Mehr gibt es eigentlich zu Apple Pay auch nicht. Oder fällt dir noch was ein? Nee, im Grunde genommen ist es auch... Du hinterlegst deine Kreditkarte. Das ist eigentlich auch genauso einfach, wie du auch sagst. Apple, weil Apple merkt man, die gehen jetzt auch immer mehr in diesen Markt rein. Also man kann jetzt immer mehr auch auf Homepages oder in Shops auch mit Apple Pay bezahlen. Das ist halt so ein bisschen immer so das, was ja auch das Geschäftsmodell von Apple ist. Je mehr Apple Geräte du nutzt, desto einfacher sind die Funktionen und Angebote, die ein Apple dann wieder gibt. Aber es gibt ja auch genügend gute Android-Lösungen. Und wir haben hier auch digitale Karten bei Android am Terminal. Aber wir haben auch Möglichkeiten im Online-Bezahlsystem. Da ist Google Pay sehr, sehr gut unterwegs. Google Pay, habe ich jetzt so ein bisschen wahrgenommen, ist so ein bisschen auch die Antwort für viele Android-Nutzer, die jetzt beispielsweise sogar ein Google-Handy haben oder irgendwie auch ein Huawei oder ein anderer. Es gibt ja mittlerweile so viele Handy-Anbieter. Und wer jetzt eben schon sein Google-Konto hat, kann einfach Google Pay auch noch mit freischalten. Und bei Google Pay fand ich das Interessante, das ist so ein bisschen Schnittstelle aus Paypal und Apple Pay. Echt? Ja, weil Google Pay, du hast dann dadurch sofort auch dieses Bezahlmöglichkeit mit der NFC-Schnittstelle. Ja. Also kannst du sofort mit deinem Handy und mit der Google Pay-App am Point of Sale, also im Geschäft bezahlen. Kannst du aber auch sofort diesen Online-Bezahlweg gehen und kannst auch darüber ähnlich wie bei Paypal in einem Online-Shop mit Google Pay bezahlen. Man kann sogar auch Paypal nochmal mit Google verknüpfen. Mhm. Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht ganz verstanden. Und ich fand das auch sinnlos, weil wenn ich in Google Pay meine Kreditkarte hinterlegen kann, muss ich nicht den Umweg über Paypal gehen. Ja. Also von dem her, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ansonsten muss ich sagen, Google Pay ist auch eine ziemlich smarte Lösung, ziemlich interessant und eben auch der Vorteil, dass du beide Themen nutzen kannst. Man muss dazu sagen, Sparkassen, die Deutsche Bank und die VR Bank haben Google Pay noch nicht im Einsatz. Also wir sind hier nicht die einzigen. Ganz, ganz viele andere so junge Banken, smart Neobanken und so weiter, die haben das im Einsatz. Wir haben es nicht, weil wir halt viele andere Lösungen haben und wir unsere Kunden ja auch nicht überfrachten wollen. Deswegen haben jetzt also Sparkasse, Deutsche Bank und die VR Bank und Google Pay noch nicht im Einsatz. Wir haben da für andere Lösungen, aber für alle anderen ist Google Pay ziemlich interessant. Was man auch dazu sagen muss, WeChat und Alipay, also viele kennen das vielleicht, die schon mal in China oder in Asien unterwegs waren. WeChat und Alipay ist ja mega groß da. Das ist so wie bei uns Apple und Google. Geht ganz genauso. Also dieses Bezahlsystem funktioniert überall gleich. Du loggst dich ein, gibst deine Daten ein, hinterlegst eine Kreditkarte oder ein Konto und dann kannst du eigentlich loslegen. Es ist so krass, wie viele Anbieter es dann doch noch neu auf den Markt kommen, wo sie eigentlich alle wirklich fast genau gleich funktionieren. Nur, dass die Buttons wahrscheinlich andere Farben haben und überall ein anderer Name mit Pay dahinter steht. Aber so man hört raus bei den Online-Bezahlverfahren, das Kernelement, was man irgendwie fast immer braucht, ist die Kreditkarte. Und dadurch, dass es einfach so den Rahmen sprengen würde, den Punkt einfach auch nochmal mit anzusprechen, haben wir gedacht, wir lassen euch Weihnachten oder zwischen die Feiertage nicht den Stich. Da kommt eine neue Folge auf jeden Fall mit rein. Und da werden wir nur über Kreditkarten sprechen und auch einen großen Teil auch über die Online-Bezahlmöglichkeiten mit Kreditkarte. Genau. Und dann gibt es noch als letzten Amazon Payment. Aber auch das ist... Ich hätte es vorher fast vergessen in der Aufzählung, aber ja. Nee, ich glaube, du hattest es mit drin. Ja, ich hatte es mit drin, aber ich hätte zwar... Ja, weil es einfach so, genau wie ich es gerade gesagt habe, es ist einfach so, jetzt hat jeder ein Bezahlverfahren, jetzt lässt sich Amazon nicht nachsagen, dass sie keine mit anbieten. Also ja, es ist einfach auch wieder da, Kreditkarte hinterlegen und dann kann man das natürlich, wenn man bei anderen Händlern mit einkauft, das ist ja oft schon so, dass die auch anbieten, dass man sich über Amazon einloggen kann. Und genauso wäre dann hier auch, dass man einfach die Daten, die man bei Amazon hinterlegt hätte, also entweder sein Girokonto oder seine Kreditkartendaten, einfach bei einem anderen Händler mit übertragen lässt und das Ganze, ja, dann über Amazon dann läuft. Genau. Okay, sehr gut. Und jetzt haben wir noch die Statistik, die wir euch schon versprochen haben. Die Statistik, ja. Ich habe sie vor mir liegen. Es ist ganz interessant. Ich weiß nicht, wie eure Meinung da draußen ist, aber wir Deutschen sind ja manchmal, was die Digitalisierung angeht, schon ein bisschen konservativ unterwegs. Und man sieht es tatsächlich auch im Verhalten, im E-Commerce, wie die Leute bezahlen. 30 Prozent zahlen auf Rechnung. Also der klassische Weg, der vor 20 oder 30 Jahren auch schon ging, ist nach wie vor der Renner. 30 Prozent zahlen auf Rechnung. Und dann kommt schon, wie vorher auch schon erwähnt, Marktführer Paypal mit knapp 25 Prozent. Und dann haben wir noch ein großes Thema mit Lastschiften und Bankeinzug, das eben direkt eingezogen wird. Da sind wir so bei 18 Prozent. Und jetzt merkt man schon, jetzt bleibt nicht mehr viel. Die Kreditkarte ist bei 12 Prozent und die restlichen knapp 10 Prozent teilt sich unter das auch, was wir jetzt gerade auch erwähnt haben. Also unter Amazon Pay, Google Pay, Paypal, Entschuldigung, PayDirect, etc. Also da ist es noch relativ überschaubar am Markt. Aber ich denke, wenn man mal so sein Bezahlverfahren gefunden hat, dann ist man halt auch in dem Thema drin. Und deswegen, ich glaube, man muss alles ein bisschen ausprobieren. Und ja, ich denke, das ist schon mal ganz gut. Also ich kann nur jedem sagen, der immer noch auf Rechnung kauft, probiert mal eins aus. Vielleicht gefällt euch ja was anderes auch. Ich finde, an Rechnung ist das Coole, dass es halt davor nicht belastet wird. Also das muss man sagen, das ist ein Riesenvorteil. Bis die Ware nicht da ist, bis ich das Geld, das ich ja so verschickt habe, kommt nichts. Aber diese Überweisung dann einzutragen und mich mit diesem Zettel vor meinem Laptop zu hocken, um dann diese Rechnung zu überweisen. Nicht jede Rechnung hat einen QR-Kund, den man es gelingen kann. Das wäre mir, also das ist mir persönlich einfach, irgendwie zu aufwendig. Die Zeit möchte ich anders nutzen. Heißt, wem das auch so geht, probiert mal eins von unseren aufgezählten Online-Banking, Online-Bezahlverfahren mal aus. Gut, ich glaube, wir sind schon am Ende von unserer Folge jetzt auch. Ja. Dann übernehme ich mal kurz die Zusammenfassung. Wir wollten euch heute einfach mal so ein bisschen einen Einblick in die Welt der Online-Bezahlverfahren geben und wollten da ein bisschen, ja, haben wir alles aufgezählt. Also es gibt Klarna, es gibt Apple Pay, PayDirect, Quid, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Apple, Google, alle großen Unternehmen gehen jetzt in diese Richtung. Wenn ihr mal irgendwo Daten hinterlegt habt, dann nur noch mit einem Klick noch eine Bezahlfunktion zu hinterlegen. Das merkt man jetzt einfach auch. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt. So ein, zwei, drei Lösungen machen wahrscheinlich für jeden Sinn, weil in eurem Lieblingsshop ist wahrscheinlich Paypal mit dabei und Amazon Pay oder so. Aber wenn ihr dann vielleicht irgendwann unterwegs seid, wo es ein bisschen nischenmäßiger ist oder so, dann braucht man vielleicht halt mal eine andere Möglichkeit. Und ja, ich denke, es ist relativ einfach. Alle wollen es einem einfach machen. Mir persönlich gefallen auch die deutschen Lösungen. Schaut euch die einmal noch mal an. Man hat auch gesehen anhand von der Studie, wie die Deutschen dann doch noch so ein bisschen unterwegs sind und dass es gar nicht so einfach ist für diese Digitalunternehmen dann in diesen Markt reinzugehen. Und zwar ist wichtig, dass ihr ein bisschen ein Gefühl für diesen Markt aktuell bekommt. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch wieder aber die Julia hat noch was dabei. Wir haben uns was nämlich überlegt für Instagram. Genau. Und zwar, wir möchten auf jeden Fall auch dieses Mal mal nachfragen, was denn eure Lieblingsbezahlverfahren sind. Dass wir vielleicht mal der Statistik ein bisschen entgegenwirken, weil wir haben schon gemerkt, wir haben unsere Zielgruppe, der Hörer ist so zwischen 20 und 30. Also das sind die meisten Leute, die uns hören. Deshalb sind wir mal gespannt, was so in dieser Altersklasse, aber auch gern jünger oder älter, was ihr dann so gerne, mit was ihr gerne bezahlt. Und auch wieder, weil es Fragen sind, einfach auf unseren Instagram-Kanal gehen, vr-bayern-mitte und schreibt uns einfach eure Sachen auf. Wenn ihr irgendwelche, ja, vielleicht auch Special-Fragen habt, was euch schon mal irgendwie aufgefallen ist bei den Online-Bezahlverfahren, schreibt es uns gerne. Und dann wünschen wir euch besinnliche und gesunde Weihnachtsfeiertage. Wir hören uns ja erst nach den Feiertagen, aber noch in diesem Jahr. Genau. Alles klar. Ciao. Bis dann. Ciao.